Okay, Servarium, wir haben 500.000 Silber bekommen, 50.000 Gold, davon habe ich, ich glaube, 26 Waffen gekauft und diese werden wir jetzt spielen in den letzten Videos, warum, weil Servarium down gehen wird. Alle Spieler haben so viel bekommen, das Spiel wird Ende März, glaube ich, abgeschaltet. Ähm, Ende Mai. Keine Ahnung, wie ich auf März komme, Ende Mai. Und in der Zeit versuche ich jetzt die 26 Waffen, die ich gekauft habe und ausgestattet habe, aufzunehmen. Ich sehe gerade, hier habe ich noch diese Anti-Ding-Spritzen gegen Anomalien. Das muss ich nochmal wegmachen. Wenn er schießt, kann ich nicht hören, vom Wohlgegner kommen. Perfekt. Hinter mir. Ich wurde vor... Why? Ah, lol. Ah, lol, ja. Ist okay. Alles gut. Alles gut. Ich dachte, das wäre so absichtlich. Alles gut, Buddy. Das hat gerade einen Moment gedauert. Oh mein Gott. I'm so sorry. Ich bin so sorry. About den Anschuss. Das wäre immer kein Teamkill, ne? Ich bin nachtragend. Oh mein Gott, überlegen wir das? Haben wir. Ah, von hinten. Mit der 1911. Lass mich mit meiner geilen AKs bohren. Oh Gott, den Sprung schaffen wir aber. Ich habe euch gesehen eigentlich, mein Freund. Okay. Heilen. Das hat gut Schaden gemacht, aber wir leben noch. Ich glaube, dass ich das über mir jemand ist. Okay. Du hast das okay. Perfekt. Dann gucken wir hier mal. Haben wir uns gegenseitig? Wir haben uns gegenseitig. Wunderbar. Okay. Das wird jetzt eine lange Zeit, wo ich nur noch so wahre im Spiel, bis ich jede Waffe durch habe. Ich freue mich aber ehrlich gesagt drauf. Es ist schade, dass es beendet ist. Es begleitet mich seit zehn Jahren, das Projekt. Seit der, ich glaube, ersten Alpha oder Version, also der ersten Version, die man aktiv spielen konnte, habe ich dieses Projekt halt irgendwie gehabt. Ich muss mal gucken, ob ich noch meine alten Aufnahmen finde. Und die hochlade, wenn die von der Qualität in Ordnung sind, sonst, ja. Sonst haben wir nur die aktuellen Videos. Aber. Nimm wenigstens einen davon. Nein, hinter mir. Ah, die habe ich auch. Ja gut, ich habe mir sehr viele von diesen Waffen geholt, aber ich habe die nicht in der Sternvariante. Die Sternvariante ist ja die alte Variante, die man mal so in-game im Shop kaufen kann. Ich habe die Premium-Variante, die, ja. Ich glaube, das ist ein Unterschied. Ich sollte mein Inventar dann nochmal irgendwann abfilmen. Ich würde gerne wirklich nochmal so ein letztes Video machen. Ich glaube, echt, wie ist der Ware im jetzt? Eins der besten Shooter, die ich halt aktiv gespielt habe oder semi-aktiv. Ich habe es halt nicht hart gesuchtet. Es war aber immer auf meinem PC installiert, immer. Weil es ist halt einer der besten Shooter halt einfach. Und wenn man dann Bock auf guten Shooter hat und die Alternativen alle crap sind, dann werfe ich lieber mal Verwarium für eine Runde an, anstatt den ein oder anderen AAA-Shooter. Ich spiele zwar nur ein, zwei Runden, aber ich würde auch beim AAA-Spiel nicht mehr spielen und die würde ich danach sogar nochmal runterwerfen, weil irgendwie ich danach frustriert bin. Okay, perfekt. Nächsten. Wir hatten hier schon immer Kisten. Im Laufe der Zeit haben die Maps sich auch so dermaßen verändert und angepasst. Mal kam Deckung dazu, Mal kam Deckung weg, neue Laufwege. Ach ja, ist der Warium. Oh shit, sechs Schuss nur noch. Ich will hier weg. Okay. Das ist sicher, mein Freund, du kannst runter, wenn du willst. Ab, aufgeräumt. Okay. Den wollte ich zwar nicht. Ah, der kann ja durchschießen. Ah, das wusste ich nicht. Ich dachte, da geht man nicht durch, genau. Ich dachte, da kann man nicht durchschießen, deswegen wollte ich langsam rumlaufen. Das ist eine Sache, die habe ich in zehn Jahren nicht rausgefunden, dass man durch diese Dinger durchschießen kann. Und hopf, hopf. Witz. Ja, ihr habt zwei A. Oh mein Gott, da sind sie. Okay, ich gehe mal direkt nach B. Okay, B ist safe. Ja, wir dominieren hier aber auch ganz schön, muss ich sagen. Haben wir es? Wir haben es. Au, 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 au. Der andere ist runtergesprungen, oder? Keine Ahnung. Okay, ich habe so wenig Leben, dass ich mal mich kurz hier... Ich habe keine Ahnung, wo der saß. Der saß genau vor mir, oder? Genau, straight vor mir auf der anderen Seite. Das hat er gut gemacht. Das hat er gut gemacht. Props an dich, mein Freund. Perfekt. Aber wir haben gewonnen. Dann gucken wir mal das Scoreboard an, dann schreibe ich euch die Waffe, so wie immer. Aber das sind die letzten Male. Ich habe eine As-Wall-Spezial gedroppt. Ich habe aber schon eine. So. Das ist meine AK-MSU.